Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3, hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind immer noch in Novigrad und auf der Suche nach Junior. Hallo, wo sollen wir denn langen? Hä? Schweinchen? Ja, den Spruch kennen wir schon. Schweinchen? So eine Tacho. Brauhaar. Weiß Haar. So. Wir müssen mal reparieren, auch noch. Irgendwie zwischendurch. Dumme Frau? Was? Wandler abschauen. Der scheucht uns hier wirklich von einer Ecke in die nächste der Stadt. Kann man zur Abwechslung ein bisschen looten? Hey, fass mich bloß nicht an. Nein. Du. Nein, ich darf es nicht mitnehmen. Ist okay. Arrrr. Arrrr. Ich gehe mal davon aus, wir durften es nicht mitnehmen. Upsala. So, wir kommen jetzt irgendwie ins Nobelfürt, wie hier kann das sein. Jubiletten nach dem neuesten Modetrend. Hier und nur hier. Mein Leber. Hätte man vielleicht auch porten können, aber ich latsche natürlich hier durch, weil ich immer die Hoffnung hege, dass wir noch zwischendurch eine Quest kriegen. Okay. Wir hätten woanders lang gemusst. Gehen müssen wir rein. Wir müssen sicher gehen, dass der Schwanzlutscher nicht hier ist. Ganz schön schwer in der Arbeit zu finden hält. Aber wir würden noch eher zählen im Arsch, als das Hurensohn sich in seinem Haus verstellen. Nein, ihr dürft dieses Wort nicht sagen. Also suchen wir überall. Aber wir sollten die Leichen verbrennen. Sonst kommen die Ratten zum Festschmaus. Nette Klingen hast du da. Mhm. Gut, dass der nicht weiß, dass unsere Klingen stumpf sind. Hallo? Nimmst du das denn auch noch mit? Gehst du? Nimmst du? Es leuchtet gerade. Es leuchtet. Ne, nimmt er nicht. Da ist noch was. Das nimmt er auch nicht. Ich habe auch keine Lust jetzt da helllang rum zu probieren. Wie genau dieses hier. Ne. Ähm, wir haben hier unten was rot leuchtendes. Wir gehen aber erstmal hoch. Und wenn ich einen Hexer als Schulden reine. Da bin ich aber ganz schön gewütet. Hier ist noch mehr. Rot. Was war da noch was? Ne. Okay. Da ist nicht... Es geht noch weiter hoch. Ich wollte gerade sagen, dass es nicht weiter hoch geht, aber... Ja komm, dann fangen wir unten an. Er wird uns garantiert hoch buxieren, weil... Alle Straßen führen nach Mahaka. Nette Klingen hast du da. Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Okay. Ähm, kommen wir hier durch? Abgeschlossen. Okay. Dann schauen wir oben. Die Zwergis. Hier ist nichts interessantes. Geralt sagt das nicht. Die sollen runter? Warum? Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Okay, wir haben jetzt hier alles durchsucht. Dann können wir uns das noch hier alles einverleiben. Wo ist es halt nicht wirklich lohnt, aber... Doch, ist der Peter. Der Peter. Da haben wir auch noch was... Okay. War die Kiste nicht gelootet hier? Verwesenes Fleisch. Deswegen haben wir sie nicht gelootet. Dann haben wir sie noch fast runtergesteckt. In der Mine ist es wie ein Krieg. Man weiß nie, wann man dran ist. Und die Kiste können wir nicht. Hey! Ja, ist gut. Alles gut, mein Freund. Und wir... Können wieder raus. Und weiter durch Novi Grad reiten. Jetzt reiten wir wirklich, weil... Die Lauferei nervt. Dann schauen wir mal. Obwohl, wenn wir jetzt an dem Weg... Wegpunkt vorbeikommen, dann werden wir porten. Wenn. Oh. Kein Frischer. Der soll frisch sein, mit diesen Gluckschrauben und... Langsam. Da haben wir da was. So. Schnellreise. Ja, super. Danke, Spiel. Danke. Sehr nett freundlich, dass wir quasi schon da sind. Also fast da sind. Wo ist denn der jetzt? Ich muss zum Arzt. Müssen wir hier rein? Das ist der Barbier, ne? Oder? Sieht so aus. Ich will nichts lesen. Nein! Okay, wir können hier auch... nichts machen. Gott sei Dank. Schade. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich glaube, wir sind hier falsch. Müssen wir hier rein? Letzter Warnung. Du bist Eiter aus dem Arsch eines Leichenfressers. Entschuldigung. Ich wollte es nicht. Wo ist denn der jetzt? Lauf! Kommen wir jetzt aus der Misere irgendwie raus hier? Ich will doch nicht. Ich bin nicht böse. Nein! Ich lerne es auch nie mit meiner Loot-Gier. Mögen die einen ins Haus? Öffnen? Keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Ich hoffe, jetzt ist Ruhe. Hallo, mein Freund. Wie geht's? Sieht hier auch aus? Scheint Ruhe zu sein. Wo sollen wir denn jetzt bitte lang? Morgen hat meine Greta Neuigkeiten vom Markt mitgebracht. In einem Haus sollen sich geheimnisvolle Morde erheignen. Hier unten waren wir doch schon mal drin, oder nicht? Warum habt ihr euer Essen dem Wettler gegeben? Weil er hockrig war. Er wäre nicht tunlich, wenn er sich eine anständige Arbeit... Ähm... Wenn er unschuldig wäre, hätte man ihn nicht verhört. Ich will nicht noch einmal sehen, dass ihr mit solchen Gesinde redet. Wo sollen wir hin? Wie ist es denn, so einen König zu köpfen? Ähm... Interessant. So hier rein, aber dass der Friseur wird, oder nicht? Abgeschlossen. Ich hatte große Angst, zum Doktor zu gehen. Man weiß schließlich nie, wann die Hexerei angeklagt sind. Hier waren wir doch... Wenn irgendwas zeigt er, dass... Wir sind hier... Äh... Ist das in der Kanalisation? Ich muss aber keinen Weg reingibt hier. Ja, Entschuldigung. Wir latschen mal weiter den Weg hier nach. Äh... Da lang. Okay. Und... Ach, das Badehaus. Okay. Dann mal rein in die gute Stube. Ja. Ja. Da ist er. Mann. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Äh... So... Ähm... Hast du etwas Neues von Philippa Eilhart gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radowit ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal. Bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Der hat echt kein leichtes Leben. Stehst du in Kontakt mit Radowit? Hahaha, witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhart wohl nie verziehen. Radowit verzeiht nicht. Nichts und niemanden. Mir nicht. Und schon gar nicht einer Logenzauberin. Okay. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge. Immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit mich, um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Okay, dann die letzte Frage. Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radowit zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Was ist das für ein Name? Hm. Hast du mit Redanien gebrochen? Sympathien haben damit nichts zu tun. Hurensohn hat sich mit unserer Vereinbarung den Arsch abgewischt. Das ist Verrat. In wessen Dienst er auch steht. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht. Aber du... Hilf mir auf die Sprünge. Temeria. Ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingels? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Okay. Ich spreche im Lager der Widerstandskämpfer mit Vernon Roche. Keine Bücher, keine Bücher, keine Bücher. Keine Bücher haben wir ja schon alle. Okay, wir können jetzt also hier wieder raus. Und können jetzt endlich mal eine andere Quest machen, glaube ich. Was sagt die Karte? Was haben wir hier? Finde Junior. Finde Hurensohn Juniors Casino. Boah, Kinder, ernsthaft. Ernsthaft. Diese Quest macht mich fertig. Das ist ja eine tolle Stadt, die sie hier eingezimmert haben, aber irgendwann bin ich ja wieder raus. Sei ruhig. Das Casino. Ähm, wo soll man denn lang? Gucken wir hier irgendwie rechts rum. Die müssen wir mal echt reparieren, ja. Händler? Komm. Das beste Angebot, weit und breit. Eins zum Preis von zwei. Hallo, mein Freund. Hallo. Moment mal. Hallo. Sei gegrüßt. Ich stehe zu Diensten. Sehr nett freundlich. Zeig uns deine Waren. Zeig mir deine Waren. Weil ich dann meine verkaufen kann. Oder auch nicht. Der ist schon wieder pleite. Grauen Kram auch nicht. Ne. Ähm. Handeln. Präparieren geht nicht, nein. Ja, dann. Auf Wiedersehen. Bis dann. So. Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchen könntest. Jetzt müssen wir dieses Casino finden. Und. Hey, Hüpfel. Leute wie du haben hier nichts verloren. Sagst du. Was willst du hier eigentlich? Was hier jeder will. Bisschen spielen. Mich amüsieren. Nur geladene Gäste, Kumpel. Pech gehabt. Äh. Okay. Hier ist meine Einladung. Äh. Vielleicht können wir uns einigen. Hörst du? Schon wieder. Nein, können wir nicht. Wie viel? Hey, denk dran, was ich dir gesagt habe. Wir sollen höflich sein. Mir geht nur langsam die Geduld aus. Wir wollen dein Geld nicht. Wir wollen auch sonst nichts. Jetzt verschwinde, bevor wir richtig wütend werden und gar nicht mehr höflich sind. Soll wir jetzt rabiat werden? Da kannst du nicht rein. Ich gehe da rein. Besser, ihr lasst mich. Und was, wenn wir dich nicht lassen? Dann töte ich euch. Hast du gehört? Ja, Habe. Der hat uns bedroht und wollte die Waffe ziehen. Stirb, verdammter Bastard. Dann töte ich dich. Mach's schade. Mhh. Was ist das? Ja. Kann man denn jetzt rein? Okay. Schlag ihn! Haltet ihn! Nein! Händler, lass das. Oben sind noch zwei. Ich glaube, die bleiben oben. Komm gleich zu euch hoch, Freunde. Keine Sorge. Komme ich nochmal hier unten noch ein bisschen um. Was? What? Okay, das hört sich so an, als wenn sie runterkommen. Schlechte Idee. Das ist noch ein Buch. Ja, warte mal erstmal. Ich werde dich abschlachten, wie ein Hund. Ja, nicht ganz. Freund der Sonne. Ah, ein Reparatur-Set. Ich reiß dir die Fresse in Stücke, Mutant. Komm. Wo ist denn der jetzt? Da oben. Ich schau mal nach dem Buch. Kommt der jetzt runter oder nicht? Einnahmen und Ausgaben. Spielsalon. Laufender Monat. Ausgaben. 38.000. Gemeinkosten. 5.000. Steuern. Schuldner. Okay. Hinten hat man noch was. Hier hat doch noch was. Was? Wo ist denn der so nervös? War ja nicht noch ein Buch. Nö. Gut. Dann, äh. Gucken wir mal, was der da oben so treibt. Wo ist er? Erbärmlich. Gut. Ist hier noch irgendwas zu finden. Hier nicht. Was? Ah, hier war da was. Achso. Oh. Ja. Wo ist denn der Geralt hin? Gebackt. Ich glaube, jetzt haben wir alle erlebt. Ich sollte mich umsehen. Ja, ich glaube auch. Prinzessin Xenthias Schwert. Stahlwaffe. Ja. Sehr schön. Haben wir noch Rünschen. Rüstungsdurchsporung. Rüstungsdurchsporung ist immer gut. Bluten. Warte, haben wir noch mal Feuergedöns hier. Zeichen. Taumeln. Vergiften. Adrenalin. Adrenalin. Verbrennen. Einfrieren. Einfrieren. Dann nehmen wir die Low-Level-Glyphen, oder? Taumeln. Vergiften. Und das war auch bluten. Okay. Ja, komm. Mal den Knöss da rein. Und wir brauchen nicht mehr reparieren, glaube ich. Nein, wir sind wieder safe. Okay. Dich haben sie ja halb totgeschlagen. Hey, hörst du mich? Ist das Rico? Der sitzt aber sehr entspannt dafür, dass sie ihn halb totgeschlagen haben. Okay. So, Rico. Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Äh, wer bist du? Wie heißt du? Rico. Rico Meiersdorf. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut. Schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bethlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie ausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redaniern zusammen. Ich weiß nichts genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Lauf, bleib noch hier. Na, der Weg ist frei. Also, lauf. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bethlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Okay, mein kleiner Freund. So, neue Quest. Ehre unter Dieben. Dann machen wir das jetzt mal. Sieben Erfahrungspunkte. Äh, ja gut. Okay, wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen. Wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye und ciao, ciao.